Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über den Zweiten Weltkrieg und dieses Mal werfen wir einen Blick auf die Rolle Italiens in diesem Krieg. Wir werden uns also anschauen, wie Italien eigentlich in diesen Zweiten Weltkrieg eingestiegen ist, aus welchen Gründen und wie es dazu kam und ganz grob, was im Zweiten Weltkrieg so mit Italien passieren sollte bis zum Sturz Benito Mussolinis, des italienischen Diktators. Los geht's! Als Italien am 10. Juni 1940 in den Zweiten Weltkrieg an der Seite der Deutschen eintrat, war das keine Selbstverständlichkeit gewesen. Denn die Gründe für Mussolini, Italien nun in diesen Zweiten Weltkrieg zu führen, waren vielseitig gewesen. Auf der einen Seite ging es hier sicherlich um einen Profilierungswillen Mussolinis, denn Mussolini hatte jahrelang mittlerweile im Schatten Hitlers gestanden, war von dem Seniorpartner, der er ursprünglich mal gewesen war, von Hitler zu einem Juniorpartner degradiert worden und das hatte an Mussolinis Selbstbewusstsein enorm gekratzt. Und insofern wollte Mussolini jetzt hier auf dem Schlachtfeld im Zweiten Weltkrieg zeigen, dass Italien eben nicht nur der kleine Partner der Deutschen ist, sondern eine eigenständige militärische, imperiale Macht, die eigene Kriegsziele verfolgt und diese umzusetzen in der Lage sei. Zudem schien natürlich auch der Zeitpunkt für einen Einstieg in diesen Zweiten Weltkrieg Mitte 1940 strategisch gut zu sein. Denn das Deutsche Reich hatte enorme Erfolge vorweisen können in den ersten Kriegsmonaten. Man hatte Polen besiegt, man hatte nun Frankreich niedergeworfen, die Briten auf ihre Inseln zurückgetrieben und konnte nun mit Fug und Recht sagen, die Deutschen machen hier einen guten Eindruck, die schaffen es möglicherweise große Teile Europas zu erobern und wir Italiener müssen uns jetzt an die Seite der Deutschen stellen, damit wir auch ein Stück von dieser Kriegsbeute, die jetzt hier winkt, abbekommen können. Dass der Einstieg Italiens allerdings erst nach dem erfolgreichen Westfeldzug der Deutschen erfolgte, hatte damit zu tun, dass in Italien 1939 die Kriegsstimmung im Grunde noch am Boden lag. Sowohl die Bevölkerung als auch der italienische König hatten eigentlich kein Interesse daran, Italien in einen Krieg zu führen und der König hatte lange Zeit Mussolinis Vorhaben, in diesen Krieg einzutreten, boykottiert. Mussolini hatte sich gegenüber Hitler damit sozusagen herausgeredet 1939, dass er sagte, Italien sei noch nicht bereit für einen Krieg, man bräuchte umfassende Rohstofflieferungen, Waffenlieferungen und so weiter, damit man die italienische Armee entsprechend auf diesen Krieg vorbereiten könnte. Doch Hitler hatte auf diese Ansage Mussolinis relativ abfällig reagiert und hatte Mussolini darauf hingewiesen, dass die Deutschen die Hilfe der Italiener schlicht und einfach nicht brauchen würden. Das war natürlich ein neuer Tiefschlag in Mussolinis Ego, den er auf sich nicht sitzen lassen konnte. Entsprechend war es nun wichtig, dass Mussolini zeigen wollte, wir Italiener sind verlässlich. Denn das war seit dem Ersten Weltkrieg das Problem gewesen, dass Italien in dem Ruf stand, unzuverlässig zu sein, ein Verräter zu sein und dieses Image, das man seit 1914 hatte, nachdem man 1915 den Deutschen damals im Ersten Weltkrieg in den Rücken gefallen war, wollte Mussolini nicht auf sich sitzen lassen. Und dieses Missvertrauen der Deutschen wollte man nun von Beginn an ausräumen, indem Mussolini jetzt darauf drang, dass Italien möglichst bald diesem Krieg beitreten sollte. Und dieser Augenblick schien, wie gesagt, Mitte 1940 gut, denn die Deutschen hatten enorme Erfolge vorzuweisen und die Italiener sahen jetzt nun hier weniger Schwierigkeiten, in diesen Krieg einzutreten. Und auch die italienische Bevölkerung hatte jetzt den Eindruck in Ordnung, und möglicherweise ist ein Krieg doch nicht so risikoreich, wie wir ursprünglich dachten, denn solange die Deutschen so erfolgreich sind, können wir davon nur profitieren. Aus Mussolinis Sicht war der Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg in gewisser Weise eine Notwendigkeit gewesen. Man hatte zwar zunächst gezögert, doch der Zweite Weltkrieg passte natürlich sehr gut in Mussolinis imperialistische Pläne. Denn Mussolini hatte seit 1935 mit dem Beginn des Abyssinienkriegs, also seinem Afrika-Feldzug, versucht, das italienische Territorium zu erweitern, aus dem kleinen europäischen Italien ein neues italienisches Weltreich zu machen, immer in Anlehnung an das antike römische Imperium, was hier quasi als Vorbild stand für das neue Italien, was Mussolini erschaffen wollte. Doch lange Zeit war eben genau diese Ambition Italiens, eine Weltmacht zu werden, unter den Tisch gefallen. Denn die Italiener hatten es jahrzehntelang nicht geschafft, mehr als ein Schatten des alten römischen Imperiums zu sein. Man war mit den ersten Afrika-Feldzügen, dem ersten Abyssinien-Feldzug Ende des 19. Jahrhunderts, kläglich gescheitert. Und Mussolini wollte sichtbar, bereits seit 1935 für die ganze Welt zeigen, dass Italien nicht mehr der europäische Zwerg ist, sondern dass Italien ebenfalls imperiale Ansprüche hatte, die man nun mit allen Mitteln verfolgen wollte. Tatsächlich sollten die Italiener zwischen 1935 und 1937 in Abyssinien auch Erfolge vorweisen können, und man hatte diesen afrikanischen Staat nun in italienisch-Ostafrika integriert und damit das eigene Kolonialreich vergrößert. Doch der Abyssinien-Feldzug zwischen 1935 und 1937 war bereits aus der Sicht der westlichen europäischen Mächte ein Schlag in die Nachkriegsordnung gewesen. Denn die westlichen Mächte hatten mittlerweile den Eindruck, dass Mussolini im Grunde ein Friedensbrecher war. Und Mussolini wusste genau, dass man jetzt nach dem Abyssinien-Krieg mit der Unterstützung der Westmächte nicht mehr sonderlich weit kommen konnte, denn die hielten nach wie vor an der Nachkriegsordnung von 1919 fest. Wenn man also weitermachen wollte, wollte sein Imperium ausbauen, dann blieb nur eine Möglichkeit, sich einen Partner zu suchen, der die eigenen imperialen Interessen teilte. Und das war zu diesem Zeitpunkt nur ein einziger Staat in Europa, nämlich Deutschland. Dennoch war die Annäherung Mussolinis an Adolf Hitler in den 30er Jahren kein Automatismus gewesen. Denn lange Zeit hatte Mussolini im Lager der Westmächte gestanden, denn die strategischen Interessen, die Italien verfolgte, waren teilweise gegenläufig zu dem, was Adolf Hitler mit seiner eigenen Außenpolitik verfolgte. Doch je mehr Mussolini nun an den Rand gedrängt wurde von den Westmächten, je stärker er ausgegrenzt wurde aufgrund seiner aggressiven imperialen Politik, desto stärker näherte er sich natürlich Hitler an. Denn Adolf Hitler verfolgte eine ebenfalls aggressive Außenpolitik mit imperialen Interessen, Lebensraumpolitik im Osten und ähnlichen Dingen. Und das passte natürlich wesentlich besser mit dem zusammen, was Italien wollte, als das, was die Westmächte wollten. 1939 hatte sich Italien endgültig an Deutschland gebunden, und zwar durch den sogenannten Stahlpakt, den Hitler und Mussolini ausmachten. Und dieser Stahlpakt sah vor, das sollte eine Partei Krieg führen, die andere Partei denjenigen unterstützen würde. Und das war für Hitler natürlich zunächst einmal interessant, denn Hitler begann schließlich 1939 den Zweiten Weltkrieg und hatte sich jetzt in gewisser Weise darauf verlassen, dass die Italiener eben hier einspringen würden. Doch Mussolini hatte, wie gesagt, monatelang gezögert, sollte dann aber in diesen Krieg eintreten und an der Seite Deutschlands bis 1943 zumindest kämpfen. Noch bevor Adolf Hitler im September 1939 den Angriff auf Polen befahl, hatte Mussolini aber selbst schon seine neue Aggressivität gezeigt. Denn Mussolini hatte über die Jahre immer wieder darunter gelitten, dass er nun im Schatten Hitlers stand und versuchte nun mit außenpolitischen Erfolgen gegenüber der eigenen Bevölkerung zu verkaufen, wir sind eine eigenständige Größe und eine eigenständige Macht mit eigenen Ambitionen. Das führte dazu, dass Mussolini sich von seinem Schwiegersohn und Außenminister breitschlagen ließ, in einem Handstrich Albanien zu erobern, das Königreich Albanien, ein Land, das ohnehin schon stark durch Italien beeinflusst worden war. Und das war natürlich ein erneuter Schritt gegen die Westmächte, um zu zeigen, ich Mussolini mache meine eigene Politik und ich lasse mich von euch nicht einschüchtern. Doch insgesamt sollte genau diese aggressive Außenpolitik Mussolinis, die häufig ohne Vorankündigung kam, für Hitler auf Dauer zu einem Problem werden. Denn Mussolini sollte im Laufe des Zweiten Weltkrieges immer wieder durch verschiedene militärische Eskapaden auffallen, die Adolf Hitler immer wieder enorme Nerven kosten sollten. Denn ständig hatte Hitler den Eindruck, hinter Mussolini aufräumen zu müssen, das war in Nordafrika so, das war in Griechenland so und in allem, was noch so kommen sollte. Und insofern sollte Mussolini der Wehrmacht mehr Probleme bereiten, als er ihr mit seiner eigenen Armee helfen konnte. Das Ziel der italienischen imperialistischen Politik war von Anfang an orientiert am römischen Reich der Antike. Das bedeutete, dass Mussolini ein italienisches Großreich schaffen wollte, was sich um das Mittelmeer erstreckte, also von Europa bis Afrika. Doch das Problem war natürlich, dass nicht nur in Afrika, sondern auch auf den verschiedenen Inselgruppen, die im Mittelmeer lagen, bereits koloniale Mächte aktiv waren. In Nordafrika beispielsweise war gerade Ägypten britisch besetzt und das waren natürlich alles Gebiete, die für die Idee eines Mittelmeer-Imperiums für Mussolini interessant waren. Und deswegen spielte sich eben ein Großteil des italienischen Krieges in Südosteuropa und in Afrika ab. Nachdem Mussolini Hitler beim Polenfeldzug noch alleine gelassen hatte, sollte Italien jetzt Mitte 1940 in den Krieg eintreten. Doch von Anfang an war der Zweite Weltkrieg für Italien ein riesiges Problem gewesen und die Italiener hatten hier bereits schon am Anfang des Krieges gezeigt, wie schwach sie eigentlich waren. Denn die Italiener hatten sich gedacht, na gut, nach dem Ende des Westfeldzugs, die Franzosen waren so gut wie in die Knie gezwungen, können wir jetzt versuchen, auch nochmal bei den Franzosen nachzutreten und uns dann da ein Stück der Kriegsbeute rauszuholen. Und tatsächlich wurden die italienischen Truppen bereits von den französischen Reserveeinheiten, die man noch zur Verfügung hatte, in die Knie gezwungen, womit man direkt schon sehen konnte, dass die Italiener offenbar militärisch nicht so viel in der Lage waren. Und das sollte sich auch durch den ganzen Krieg bis 1943 und dann weiter bis 1945 zeigen, dass Italien bei den verschiedenen Feldzügen in Griechenland, in Nordafrika, in Zentralafrika und so weiter ständig von anderen Mächten übermannt werden sollte, insbesondere natürlich von Großbritannien, mit denen man in Nordafrika dann im Krieg liegen sollte. Insofern wurden aus den italienischen Konflikten relativ schnell deutsche Konflikte, weil die Deutschen überall, die Italiener entweder unterstützten oder teilweise sogar deren Konflikte für Italien austragen mussten. Abseits von Nordafrika hatte Mussolini relativ schnell seinen Blick auf Griechenland gerichtet. Das machte Sinn, denn Italien hatte strategische Interessen auf dem Balkan, hatte deswegen auch immer Streitigkeiten mit Österreich-Ungarn in der Zeit des Ersten Weltkrieges gehabt und man sah jetzt die Möglichkeit, hier den eigenen Einfluss auszubauen. Doch Mussolinis Angriff auf Griechenland, von dem ihm Hitler im Übrigen abgeraten hatte, sollte sich als ein völliges Desaster erweisen. Denn die griechische Armee schaffte es, die Italiener zurückzudrängen und rief damit schlussendlich Hitler auf den Plan. Denn Hitler wusste, nach dem Angriff Mussolinis auf Griechenland, kann man das jetzt nicht einfach so stehen lassen, wenn man da jetzt nicht eingreift, wird Mussolini diesen Krieg dort verlieren und die Alliierten werden die Möglichkeit ergreifen, sich dort breit zu machen. Und daher sollte Hitler nun hinter Mussolini aufräumen, die Wehrmacht sollte Griechenland besetzen und in den eigenen Herrschaftsbereich integrieren. Wie gesagt, diese Idee, dass Hitler immer hinter Mussolini aufräumen musste, zeigte sich hier in Griechenland und auch später dann in Nordafrika. Denn auch dort wurde nach und nach der Krieg zwischen Italien und Großbritannien zu einem Krieg zwischen Deutschland und Großbritannien. Mussolinis katastrophale Afrika- und Balkanpolitik hatte für Deutschland schwerwiegende Auswirkungen. Denn dadurch, dass Hitler hinter Mussolini immer wieder aufräumen musste, mussten große Teile von deutschen Divisionen ständig verlegt werden. Und diese Divisionen fehlten tatsächlich dann im Sommer 1941 bei dem Angriff auf die Sowjetunion, bei dem entscheidenden Großunternehmen, nämlich dem Ostfeldzug, dem Ostkrieg, den Hitler ja geplant hatte. Und hier hatte man eigentlich alle Kräfte gebraucht. Doch dank Mussolini durfte man nun ständig irgendwelche Kräfte in Europa hin und her schieben und dadurch sollten natürlich Defizite zustande kommen, die man sonst möglicherweise in diesem Ostfeldzug nicht gehabt hätte. Mussolinis Fehlleistungen führten auch in Italien bereits 1942 zu immer größeren Unruhen. Bereits Ende 1942 glaubte selbst Mussolini schon nicht mehr daran, dass die Achsenmächte oder Italien speziell diesen Krieg überhaupt gewinnen könnte. Und entsprechend versuchte Mussolini seit 1942 immer stärker auf Adolf Hitler einzuwirken und ihnen zu überreden, den Ostfeldzug doch sein zu lassen, einen Waffenstillstand mit der Sowjetunion einzugehen und die eigenen Streitkräfte auf den westlichen Teil Europas zu richten, also auf die Westfront. Doch Mussolini hatte dabei völlig verkannt, dass der Krieg im Osten der eigentliche Krieg für Adolf Hitler war, der rassische Krieg, den er unbedingt wollte und den er auf keinen Fall abgebrochen hätte. Insofern konnte Mussolini mit solchen Vorstößen hier nichts erreichen. Im Juli 1943 schließlich landeten dann alliierte Truppen auf Sizilien und damit begann die Inversion der Alliierten in Italien. Denn auf Sizilien stand man jetzt schon mit einem Bein auf dem italienischen Festland und es war nur eine Frage der Zeit, dass das italienische Regime zusammenbrechen sollte. Aber nicht nur die militärische Situation wurde seit 1942 immer auswegloser, sondern auch die inneren Unruhen in Italien sollten ab 1942 zunehmen. Denn die Bevölkerung verlor zunehmend das Vertrauen in Mussolinis Kriegskurs. Und nicht nur die Bevölkerung, sondern eben auch Teile der eigenen Partei Mussolinis, nämlich der faschistischen Partei, die nun zunehmend Mussolinis Kriegskurs infrage stellten. Gleichzeitig führten die enormen Niederlagen der Italiener und die Blamage der eigenen Armee dazu, dass die eigene Opposition in Italien, die ja unter den Faschisten klein gehalten wurde, immer weiter aufbrach. Kommunistische Gruppen, sozialistische Gruppen, diejenigen, die unter dem Faschismus am meisten zu leiden hatten, kamen jetzt nun wieder in den Vordergrund und versuchten, Leute zu mobilisieren, um Italien von innen heraus zu bekämpfen, das faschistische System von innen heraus zu bekämpfen. Und damit begannen die Anfänge des italienischen Widerstands, der dann nach und nach ab 1942 in Form von kleinen bürgerkriegsähnlichen Zuständen, von Partisanenkriegen und so weiter, das System von innen heraus destabilisieren sollte. Für Mussolinis erste Absetzung und den Anfang vom Ende seiner Macht war auch nicht der Widerstand verantwortlich, sondern die faschistische Partei selbst, denn 1943 wurde Mussolini von seinem eigenen faschistischen Großrat, einer Art zweites Parlament des Faschismus, gestürzt. Doch die nächste Regierung, die jetzt nun auf Mussolini folgte, wurde von einem Militär geleitet. Und dieser Militär verfolgte vor allem ein Ziel, nämlich Italien, aus dem Zweiten Weltkrieg herauszunehmen. Italien wollte also jetzt nun in Waffenstillstandsverhandlungen 1943 eintreten, einen Separatfrieden mit den Alliierten schließen und damit den Weg aus diesem Krieg herausfinden. Das war nachvollziehbar, denn die Alliierten hatten bereits früh den Italienern klargemacht, wenn ihr es schafft, das faschistische System von innen heraus aus dem Weg zu räumen, dann könnt ihr bessere Bedingungen bei einem Waffenstillstand erwarten. Und so sollte es auch kommen. Das neue Militärregime, was jetzt an der Macht war, sollte die faschistische Partei auflösen, den faschistischen Großrat auflösen und den Faschismus damit aus der Regierungsebene verdrängen. Doch so leicht, wie sich die neue Regierung Italiens das wohl vorgestellt hatte, aus dem Krieg herauszukommen, war es nicht. Denn die Verhandlungen mit den Alliierten über einen Separatfrieden mussten natürlich auf der deutschen Seite jetzt wie Verrat erscheinen. Und entsprechend verwundert es nicht, dass die deutsche Wehrmacht nun in Folge Italien besetzen sollte. Denn ein von den Alliierten kontrolliertes Italien wäre natürlich ein direktes Durchmarschgebiet gewesen für alliierte Streitkräfte nach Zentrale Europa und das musste man natürlich verhindern. Das führte dazu, dass nun in Italien ab 1943 das Land zweigeteilt wurde. Und zwar auf der einen Seite im Norden ein neuer faschistischer Staat, der jetzt in Abhängigkeit zu Deutschland stand, ein deutscher Marionettenstaat sozusagen, der erneut unter die Herrschaft Mussolinis fiel. Und im Süden entstand ein kleines Restkönigreich Italiens, was unter dem italienischen König und der ehemaligen italienischen Regierung verwaltet wurde, eigentlich aber im Einflussbereich der Alliierten lag. Die Jahre zwischen 1943 und 1945 waren vor allem in den von Deutschland besetzten italienischen Gebieten durch bürgerkriegsähnliche Zustände und Partisanenkämpfe gekennzeichnet. Denn der italienische Widerstand hatte sich mittlerweile militarisiert und versuchte bei jeder Gelegenheit der Wehrmacht das Leben schwer zu machen. Doch je stärker der Widerstand natürlich militärisch gegen die Besatzungsmacht vorging, desto stärker und energischer reagierte die Wehrmacht darauf teilweise eben auch mit brutalsten Verbrechen. Die Jahre zwischen 1943 und 1945 waren in den von Deutschland kontrollierten italienischen Gebieten, also in dieser nördlichen Republik, allerdings noch in anderer Hinsicht einschneidend gewesen. Denn lange Zeit war es ja so gewesen, dass Italien, was den Antisemitismus betraf, einen wesentlich gemäßigteren Kurs gefahren hatte als das Deutsche Reich. Mussolini war zwar durch und durch ein Rassist gewesen und viele spricht dafür, dass er auch ein Antisemit war, aber eine radikale Judenpolitik in dem Sinne, dass man eine Volksgruppe jetzt nun ermordete, wie das eben im Dritten Reich passierte mit dem Holocaust, sowas hatte es in Italien nicht gegeben. Doch 1943 mit der Übernahme der Macht durch die Deutschen sollte natürlich auch die SS jetzt in Italien aktiv werden. Und dort, wo die SS aktiv wurde, wurden natürlich auch Juden verfolgt. Und so kam es dazu, dass zwischen 1943 und 1945 auch in Italien tausende Juden zusammengetrieben wurden, deportiert wurden, in Vernichtungslager und dort umgebracht wurden. Allerdings hatten auch viele italienische Juden durchaus Glück, denn Teile der italienischen Bevölkerung und auch die Kirche in Italien versuchten mehr und mehr, die Juden vor diesem Schicksal zu bewahren, versteckten sie und konnten damit zahlreiche Leben retten. Im April 1945 schließlich sollte der deutsche Widerstand in Italien zusammenbrechen. Die Wehrmachtseinheiten in Italien kapitulierten und damit sollten die Alliierten weiter in Italien vorrücken können. Im Zuge des Zusammenbruchs der Wehrmacht in Italien sollte natürlich auch nun die von den Deutschen kontrollierte nördliche Republik unter Mussolini zusammenbrechen. Mussolini versuchte sich erneut abzusetzen mithilfe deutscher Einheiten, sollte allerdings von dem italienischen Widerstand aufgegriffen werden und schlussendlich erschossen werden. Wenige Tage später endete der Zweite Weltkrieg in Europa endgültig. Doch in Italien war damit der kleine Bürgerkrieg, der jetzt seit wenigen Jahren herrschte, noch nicht vollendet. Denn jetzt begann die Jagd auf die ehemaligen Kollaborateure der Deutschen. Man wollte also jetzt die Italiener, die vermeintliche Landesverräter waren, aus dem Weg räumen. Und insgesamt starben auch noch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa in Italien ungefähr 10.000 Menschen durch ihre eigenen Landsleute. Soviel erstmal bis hierhin. Ich fasse zusammen. Mussolini hatte 1939 zu Beginn des Zweiten Weltkrieges mit einem Kriegsbeitritt Italiens noch gezögert. Er hatte den Eindruck, dass Italien für diesen Krieg noch nicht bereit war und gleichzeitig wusste er auch, dass der italienische König und die italienische Bevölkerung hier noch auf der Bremse standen. Doch nach dem erfolgreichen Westfeldzug der Deutschen Mitte 1940 war für Mussolini klar, mit den Deutschen können wir es weit bringen. Wir müssen jetzt in den Krieg einsteigen. Zum einen, um etwas von der Kriegsbeute abzubekommen und zum anderen, dass wir nicht schon wieder dem Vorwurf ausgesetzt sind, dass wir Verräter seien, dass wir unzuverlässig seien, so wie der Ruf Italiens eben im Ersten Weltkrieg gewesen war. Doch Mussolinis Feldzüge sollten sich als eine Katastrophe erweisen. Seine Afrika-Abenteuer, aber auch seine Abenteuer in Südosteuropa sollten sich als gescheiterte Unternehmen erweisen, bei denen Hitler immer wieder mit der Wehrmacht intervenieren musste, um eine Niederlage Italiens zu verhindern. Und gleichzeitig musste Hitler eben große Truppenkontingente bereitstellen, die ihm dann schlussendlich 1941 beim Feldzug im Osten fehlen sollten. Insofern war der Zweite Weltkrieg stark davon gekennzeichnet, dass Deutschland hier teilweise stellvertretend für Italien Kriege führen musste und dadurch eben militärische Schauplätze entstanden, die Hitler eigentlich gerne vermieden hätte. Seit 1942 führte wachsender innerer Widerstand und das Wiederaufflammen von kommunistischen und sozialistischen Gruppen dafür, dass das italienische faschistische Regime von innen heraus zunehmend destabilisiert wurde. 1943 sollte Mussolinis Herrschaft erstmals zusammenbrechen. Es entstand nun ein zweigeteiltes Italien mit einem nördlich und mittig durch Deutschland kontrollierten Teil und einem südlich kontrollierten Teil durch die Alliierten. Das sollte sich bis 1945 auch nicht ändern. Doch 1945 sollte die Wehrmacht in Italien kapitulieren, das faschistische System des Nordens und der Mitte endgültig zusammenbrechen und damit die faschistische Herrschaft in Italien endgültig enden. Mussolini wurde erschossen und seine Leiche öffentlich zur Schau gestellt. Wenige Tage später im Mai 1945 endete in Europa der Zweite Weltkrieg endgültig. Er hinterließ Zerstörung, Trauer und Millionen von Toten. Soviel erstmal ein bisschen hin in diesem kleinen Überblick zu Italien im Zweiten Weltkrieg. Keine Darstellung von einzelnen Schlachten und Feldzügen, sondern eher die groben Zusammenhänge, die groben politischen Zusammenhänge, wie Italien überhaupt in diesen Zweiten Weltkrieg hineinkam, welche Vorgeschichte das hatte und wie das Ganze für die Italiener ausgehen sollte. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfiehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut! Achtung! 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 Untertitelung des ZDF, 2020